Es ist kommunikativ wahnsinnig schwierig. Wir müssen diesen Leuten, die sich ja zum großen Teil haben impfen lassen, für diese Freiheiten, weil man ihnen das versprochen hat. Denen müssen wir sagen, wie auch immer, tut uns leid, wir haben es falsch verstanden. Es geht nicht so und das ist auch ein Kommunikationsfehler, den auch Wissenschaftler mitgemacht haben, muss ich sagen, dass man gesagt hat, es gibt sowas wie Herdenimmunität und wir sind in der Lage, dass wir durch die Impfung uns die Freiheit wieder erkämpfen können. Impfen für die Freiheit. Zu diesem Zeitpunkt war bekannt und zwar aus Israel unter anderem, dass selbst wenn sie eine weitgehend geimpfte Bevölkerung haben, sie eben durch die Impfdurchbrüche, die es schon immer gab und die bei der Delta-Variante mehr geworden sind, auch weil die Impfstoffe leider nicht mehr ganz optimal sind, durch die Impfdurchbrüche kriegen sie dann auch Kranke und kriegen Schwerkranke und kriegen vor allem diese Infektionswelle nicht in den Griff. Da war das falsche Versprechen dahinter und das ist bis heute noch in der Bevölkerung. Und wenn ihr geimpft seid, dann tragt ihr nicht mehr bei zu dieser Welle und das kam vom Robert-Koch-Institut. Die haben ja geschrieben auf ihrer Webseite, dass die Geimpften keinen wesentlichen Beitrag zum Infektionsgeschehen mehr lassen. Das stand, das ist auch interessant, wenn man sich, wenn man mal genau hinguckt, was, wann, wo geschrieben wurde und was jetzt auch sozusagen so verschwindet, ohne dass es groß auffallen soll. Das ist von zwischen weg, ja. Genau. Es muss einfach klar sein, dass dieses Versprechen einer Härtenimmunität, das funktioniert zumindest bei dieser Variante Delta und bei diesen Impfstoffen nicht.